Hallo, mein Name ist Olivia und ich beantworte eure Fragen rund um die Mensen des Studierendenwerks. Wo sind die Mensen des Studierendenwerks? Die Mensen befinden sich auf dem Campus der jeweiligen Hochschule. Einige Hochschulen sind etwas größer und verteilen sich über die gesamte Stadt, weswegen wir hier mehrere Mensen betreiben. Wer wissen will, welche Mensa auf welchem Campus seiner Hochschule ist, schaut am besten mal auf unserer Webseite. www.stw.berlin.mensen Wie bezahlt man in den Mensen? Barzahlung ist in den Mensen des Studierendenwerks Berlin nicht möglich. Während des regulären Betriebs wollen so viele Studierende gleichzeitig einkaufen, dass es viel zu lange dauern würde, müsste man erst noch Kleingeld zählen oder aufs Restgeld warten. Daher zahlen alle mit der Mensa-Card. Das läuft dann an der Kasse so ab, dass man erst seinen Studierendenausweis vorzeigt und dann die Karte auf ein Lesegerät hält. Dort wird der Betrag des Essens dann von der Karte abgebucht. Manche Universitäten vergeben als Studierendenausweis die sogenannte Campus-Card. Hier ist die Mensa-Card bereits über einen eigenen Chip integriert. Alle Studierenden ohne Campus-Card müssen sich die Mensa-Card noch extra kaufen. Sie ist an allen Mensa-Kassen und an den Foodtrucks erhältlich. Sie kostet 1,55 Pfand, den man zurückbekommt, wenn man sie die nach Ende des Studiums zurückgibt. In einigen Mensen gibt es auch Automaten, wo man die Mensa-Card kaufen kann. Achtung, wenn man eine solche Karte kauft, muss man bei der ersten Benutzung an der Kasse nochmal sagen, dass man eine Studierende ist. Dann wird die Karte so programmiert, dass sie immer nur den Studiepreis abzieht. Wie lade ich die Mensa-Card auf? In jeder Mensa des Studierendenwerks gibt es Automaten, an denen ihr die Mensa-Card aufladen könnt. Diese Automaten nehmen nur Scheine an, man muss also mindestens 5 Euro reinstecken. Bei den Foodtrucks und den einzelnen Kaffeebars ist das Aufladen direkt an der Kasse möglich. Wem das zu umständlich ist, der kann auch ein sogenanntes Autoload-Verfahren abschließen. Hier gebt ihr euer Einverständnis, dass wir den Aufladebetrag direkt von eurem Konto abbuchen. Ihr legt fest, wie viel das jedes Mal ist. Fällt dann das Guthaben eurer Karte unter einen bestimmten Wert, fragt die Kassiererin euch, ob sie gleich noch aufladen soll. Zum Abschluss eines solchen Verfahrens müsst ihr ein Formular ausfüllen und dann mit Ausweis und EC-Karte an eine unserer Mensa-Kassen gehen. Dort wird das Autoload für eure Mensa-Card reingerichtet. Was mache ich, wenn ich die Mensa-Card verloren habe? Wenn ihr die Mensa-Card verloren habt, könnt ihr sie sperren lassen. Ihr schreibt dann einfach eine Mail an mensacard.stw.berlin. Wichtig ist aber, dass ihr die Nummer, die auf der Karte stand, benennen könnt. Da auf der Karte keinerlei persönliche Daten hinterlegt sind, können wir die Karte nur zuordnen, wenn wir die Kartennummer haben. Diese notiert ihr euch am besten direkt, sobald ihr die Karte erworben habt. Achtung bei der Campus-Card. Hier ist die Mensa-Card bereits integriert. Aber auch hier wissen wir nicht, welcher Studie welche Mensa-Card bekommen hat. Auf der Rückseite eurer Campus-Card, dort wo das Studierendenwerkslogo ist, steht eine Extranummer. Das ist die Nummer der integrierten Mensa-Card. Diese müsst ihr euch notieren, denn diese brauchen wir, wenn es um das Guthaben auf dieser Karte geht. Das ist die Nummer der Karte.